Oh, schön, was ist das? Kugelschreiber, kein guter Leute, oder? Also noch mal, wer von euch hat ein paar Arschlöcher im Leben ausgeworfen? Und was sagt man zu Arschlöchern? Warte mal, ich zweimal zurück, ein bisschen könnte mich hoch. Also, was sagt man zu Arschlöchern? Vier, drei, zwei, eins. Frichtig! Ich würde sagen, das geht noch mal ein bisschen lauter. Und zwar auch ihr da oben. Denkt an die ganzen Leute, die euch irgendwann mal wirklich und dann gescheuert angemessen. Wo ihr einfach das Gefühl habt, Leute, die braucht nicht mehr. Also vier, drei, zwei, eins. Frichtig! Schuss! 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 Das war's in der Hand von Münchnern! Fertig! Es ist auch nicht! Wir haben dich schlecht! Wir haben dich! 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 Wir sind richtig! Wir sind richtig! Ich will auf der Herd! Hallo, der ist wie du bist! Hallo, der ist wie du bist! Sagt schon gleich, der Saint von Ourself ist auf dem Raum! Hallo, der ist wie du bist! Hallo, der ist wie du bist! Und du stärkst von groß und dich schon nur gelernt! Mit den Stежern? Erstes! Du wärst dein Arsch noch zweites! Du wärst dein Arsch noch breitest! Du wärst dein Arsch auch nie an! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020